So, und da sind wir wieder. Wird da gerade ein Ei gelegt? Na, schau. Keine Eier irgendwo rum. Was ist das hier? Ah, doch hier. Tada! Warum die immer so weit weg? Warum die immer so weit weggehen? Aber es scheint, als hätte er direkt die aktuellen unbefruchteten Eier verarbeitet. Das ist cool. Ah, ich brauche Stoff. Oh, ne Stoff sieht das echt schlecht aus für meinen Parker. Oh. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Schade. Dann bleiben wir doch bei der Baumwolle. Na gut, also Stein haben wir bald genug. Wo sie es nur alle wegholt. Stoff wäre allerdings, ich brauche echt Stoff, aber... Sieht nicht so gut aus, was Stoff angeht. Sonst, der Rest sieht okay aus. Obwohl es jetzt auch ziemlich schwindet. Irgendwie mit den Essensvorräten habe ich so das Gefühl. Ich weiß aber noch nicht genau warum, weil ich eigentlich hier genug habe. Von allem. Ich weiß es nicht. Ich denke allerdings, dass es temporär ist. Ich weiß nicht. Und sonst ist es nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, so langsam wird es Winter. Ich bräuchte ja nicht unbedingt den Parker, aber ja. Die Baumwolle wächst halt jetzt auch nicht mehr so gut. Ja, so langsam wird es Winter. Schauen wir mal, was es so schönes gibt. Oho. Das ist doch mal was. Agaven. Ah, und auch gar nicht so weit weg, das holen sie sich direkt rein. Es wird dankend und freudig angenommen. Unglaublich. Den lieben langen Tag ist er nur am Kochen. Was haben wir denn jetzt schon wieder? Und hier gibt es Granitblöcke. Ja, auch nicht so schlecht. Platz haben wir da allemal für. Und hier gibt es noch nicht so weit weg, das ist noch nicht so weit weg, das ist noch nicht so weit weg, das ist noch nicht so weit weg. Mal ab und zu mal wieder nach Eiern absuchen. Das ist richtig, das Heugras wächst auch nicht so richtig, habe ich das Gefühl. Das ist richtig, das ist noch nicht so weit weg. Sobald die Forschung abgeschlossen ist, dann suchen wir uns mal was Neues, Anständiges zum Erforschen. Das klingt gut, das machen wir mal. Das könnte ja sehr nützlich sein. Oh, Besucher. Oh, nur einer? Okay. Oh. Why not? Einstein. Möchtest der bestimmt... Ne, wer war das? Schrödinger. Schrödinger konnte gut handeln. Warten wir, bis er bei uns ist und dann werden wir mal versuchen, was wir alles so handeln können. Okay. 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 Ja, das ist okay, glaube ich. Jetzt müssen wir mal gucken, wer den am besten tragen könnte, den Mantler. Vielleicht ist er dann tatsächlich schon zufrieden, mal schauen. Ja. 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 Schnell das Silber wieder wegpacken in den Tresor Ich glaube ganz ehrlich gut die Hühner bringen mir ja ein bisschen was aber die anderen Tiere ich weiß nicht Ich lasse sie trotzdem leben naja will ja nicht so sein Ich lasse sie trotzdem Ja, der hat ein bisschen was meditatives, wie alle so rumflitzen. Alle so emsig. 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 Tuck, 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 tuck. So, Sachen in diesem Bereich könnte man jetzt tatsächlich verkaufen. Passt nur nirgendwo rein. Ach, alles gut. Das kommt an meiner Selbstschussanlage eigentlich nicht vorbei. Das kommt an meiner Selbstschussanlage. Tiefgekühlt? Achso, wir haben es ja jetzt draußen 0 Grad. Deswegen, LOL. Hat auch Vorteile, wenn es zu draußen so kalt ist. Äh, verdammt. Doch, es reicht gerade so. Süß. Oh, es hat sogar 47 Silber im Inventar. Das gefällt mir gut. Oh, es hat sogar 47 Silber im Inventar. Okay. Mhm, los. Okay. No. Sie starten den Angriff. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Nein. Und so. Und tot. Tot. Danke für die Münzen. Nehme ich gerne. Für 47 Gold mache ich auch gerne wieder ein Grab. Äh, äh, Silber. Ich weiß nicht was er hat. Das sieht alles gut aus hier. Ich weiß nicht, warum da zerrissene Kleidung steht. Ich... Ich weiß es nicht. Das T-Shirt sehe ich ein. Das hat er gerade mal von... äh, 10 Prozent. Zumindest 28 Prozent. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Fischstock 0, Fischstock 1 Alles leer gefischt. Ja, regeneriert sich aber mal wieder ein bisschen. Von daher, alles gut. Na von mir aus, dann feiert man eine Party. Ja, das ist gut. Vielen Dank. Was für soziale Interaktionen hier Wenn, wobald die ersten Babys ins Haus flattern Das ist mal ne Menge Langsam, fast haben wir es Gucken wir mal, ob der Parker diesmal besser wird Wieso denn das? Gibt es doch genug zu essen Sehr seltsam Er sieht doch unbedingt so aus, als würde er gleich verhungern Tadah! Ein Überlegender sogar Guck mal, wenn er jetzt noch meckert, dann weiß ich auch nicht Sehr schön Stoffkragenhemd Ja 55 Materialien Oh, sehr schön Oh, sehr schön Warum nicht? Das klingt doch interessant Das klingt doch 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 Krass. Ist richtig viel Mais jetzt zusammengekommen. Oh, ein Waffenhändler. Wchen. Untertitelung des ZDF, 2021 Ah, ne? Na schau mal was wir handeln können wollen. Könnten wir ja mal zu den Batterien hier stellen. Ich glaube, wenn es mal passiert, dann bei den Batterien. Hm, brauchen wir eigentlich nicht unbedingt, oder? Nicht vonnöten. Hm, cool. Uha! So. Boah. Artilleriegeschoss. Hm, brauchen wir eigentlich nicht. Bauteile nehme ich immer gerne. Alzin nehme ich auf jeden Fall gerne. Schwerter, ja. Ist alles jetzt nicht so überragend. Die verkaufe ich euch sehr gerne. Ich sehe nämlich los. Militärhelmen. Hm. Hm. Granatenexplosion. Ich kämpfe eh nicht gegen jemanden, die Granaten haben. Von daher ist das wahrscheinlich total irrelevant. Knüppel brauchen wir auch. Ach nee, weil die haben. Gerne. Sehr gerne. Dann habe ich sie von der Backe. Das heißt. Okay. Ja. Nämlich. Auf negócio. Man scriptures, bitte prendre持 wheelie. Da zahle ich zwar ein bisschen drauf, aber Artilleriegeschosse könnte ich ja mal eventuell mit einem Mörser verwenden. Andererseits brauchen wir es ja nicht. So zahle ich jetzt nur 60 drauf. Warum eigentlich? Achso. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 Alle am Schlafen. Ja, ziehen weiter. Sehr schön. Ja, ziehen weiter. Ja, ziehen weiter. Ach, hier holt er die ganzen Blöcke her. Ja. Ja, ziehen weiter. 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 Uiuiui, Blastahl. Ach, scheiß. Das... Das hab ich ja gar nicht. Ach, scheiß. Ja. 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 Was haben wir denn hier ganz viel von Marmor? Marmor. Was haben wir denn hier? Kaffee so sehr schön so da mache ich jetzt eine riesige halle wo ich zum beispiel werkzeuge und alle sowas dann verwenden kann jetzt ein werkzeugtische aber jetzt machen wir es mal schlussworte moment da fehlt noch was ein weg gebaut werden dann danke fürs zuschauen